Gucken wir mal, wie dieses Bluetooth-Mikrofon klingt. Hallo, ich bin der Vari und ich bin gerade auf dem Weg zu einer Kamera, die mir zur Verfügung gestellt worden ist, und zwar eine Euki. Die Euki hing ungefähr eine Woche lang hier mit 1080p. Ich habe die nochmal umgestellt auf 2,7K. Ich wollte mal gucken, wie das aussieht. Die Aufnahmen von der 1080p habe ich schon gesehen. Die sind gut. Der Ton ist auch gut. Und diese Aufnahmen zeige ich euch jetzt erstmal. Und die aufnehmen, die aufnehmen. Und das ist auch gut. Ich mache die Aufnahmen. Und ich habe die Aufnahmen. Ich habe die Aufnahmen. Ich habe die Aufnahmen. Ich habe das Thema geliefert. Abspricht. Das ist ja select Rast��요. Ich habe die aufnahmen. Aufnahmen habt ihr ja gesehen, die sind wirklich gut, jetzt kommen noch die 2,7k Aufnahmen, die habe ich leider noch nicht gesehen, ich bin ja gerade erst auf dem Weg dahin, hänge ich aber auch hinten dran, zum Vergleich, und dann seht ihr die Qualitätsunterschiede, ich denke mal es wird nur interpoliert sein, aber sehen wir ja gleich. So, du kommst zurück. Ja, schön. Ups, windig, wa? So, du kommst zurück. Ja, schön. So, du kommst zurück. Ja, schön. Ich habe schon bemerkt, ich darf nicht so laut sprechen bei den Bluetooth-Mikrofonen, das überschreit nämlich ein kleines bisschen. Die Kamera baue ich jetzt hier ab, die kommt nochmal an der Rand, die kommt jetzt nochmal an einer anderen Stelle, da soll sie nochmal ihr Werk verrichten und wenn sie da fertig ist, dann wird diese Kamera verlost. Wenn die abonniert haben, dann verpasst ihr das nicht, wann die Verlosung kommt, also abonnieren ist kostenlos. Und dieses kleine Ding hier, was mich die ganze Zeit verfolgt, mich aufnimmt und auch den Ton, obwohl ich hier überhaupt keine Färbedienung habe, gar nichts, ist ein Prachtstil der Technik. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich hier durchkomme. Ja, komm mal. Kommt bei Äste, rückst du dir beiseite. Ja, komm. Geil, dieses kleine Ding stelle ich demnächst vor. So, jetzt komm mal wieder vor mir, weil das sieht furchtbar aus, wenn die mir bloß hinterherläuft. Da müsst ihr dann aber auf den anderen Kanal gehen, weil das hat ja nichts mit Bildkameras zu tun. Naja, es kommt mit unten rein. Aber die Vorstellung, was man damit machen kann, das kommt auf den anderen Kanal. Also, reinschauen. So, jetzt kommst du wieder hierher, weil ich hab Feierabend. So. Gut, 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 gut.